Warum arbeite ich bei 2.0 ProBaum? Mich hat eigentlich schon damals als Endkunde, als ich die Firma ProBaum kennengelernt habe, eigentlich immer schon die Mitarbeiter, die gute Stimmung im Laden und natürlich auch das breite Sortiment überzeugt und ja dementsprechend als die Frage bei mir dann losging, wo ich arbeiten möchte, war 2.0 ProBaum mein erster Ansprechpartner und auch nach den ersten Bewerbungsgesprächen mit den Geschäftsführern hat mich der Laden total überzeugt und jetzt nach zwei tollen Jahren bin ich nach wie vor überzeugt. Alle meine Wünsche haben sich eigentlich bestätigt vom Team her, vom Laden her. Es macht einfach Spaß zu arbeiten, wir haben eine schöne Arbeitsstätte, wir haben ein gutes Team und die Stimmung ist einfach super bei uns. Ja, wenn jemand gerne bei uns Bikeberater werden möchte, ist natürlich an erster Stelle der Spaß am Fahrradfahren oder auch am Fahrrad selber ganz, ganz wichtig. Technische Kenntnisse sind natürlich auch von Vorteil, muss aber auch dazu sagen, durch unser großes Team, wo wirklich viel Know-how vertreten ist, wird einem auch bei der einen oder anderen technischen Frage, wo man nicht weiter weiß, immer sehr, sehr gut unter die Arme gegriffen und einem weitergeholfen. Stress ist natürlich grundsätzlich ab und an auch mal gegeben, gerade bei schönem Wetter, gerade wenn die Fahrradsaison losgeht, ist der Stress da, kann man gut sagen. Aber man muss auch sagen, dadurch, dass wir sehr gut alle zusammen miteinander arbeiten, wir helfen uns gegenseitig, wird der Stress auch gut verteilt und man kann abends auch glücklich und zufrieden nach Hause gehen. Ja, mit der Geschäftsführung bin ich sehr, sehr zufrieden. Es ist grundsätzlich eine flache Hierarchie, man kann gut mit den Geschäftsführern sprechen, wenn man selber Verbesserungsmöglichkeiten sieht, hat man eigentlich immer ein offenes Ohr, auch bei den Geschäftsführern. Ein sehr respektvolles Miteinander, aber auch freundschaftlich kollegial. Das Besondere an Zweirad-Prummbaum ist, dass wir einfach ein sehr, sehr gutes Team haben. Also neben den Team-Events, die von Zweirad-Prummbaum organisiert werden und durchgeführt werden, machen wir auch viel privat tatsächlich. Also ich habe sehr, sehr viele nette Leute kennengelernt. Ob wir uns mal abends zum Billardspielen treffen oder ob es auch vielleicht nur ein schönes Kaltgetränk ist, da steht eigentlich immer was an, wo auch alle im Team immer herzlich eingeladen sind. Gerade auch abteilungsübergreifend wird da viel gemeinsam auch gemacht und das ist das, was ich sehr, sehr schön finde. Ja, unsere Zukunft und auch persönlich meine Zukunft sehe ich definitiv auch weiterhin bei Prummbaum. Wie es genau laufen wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber man sieht, durch Expansion gibt es immer wieder neue Stellen. Es werden wieder neue Bereiche geschaffen und es wird immer wieder Verstärkung gesucht. Deswegen bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass da auch in Zukunft immer die richtige Stelle frei sein wird. Ja, wenn du Lust hast, bei uns im Zweirad-Center Prummbaum mit tätig zu werden, gerade im Verkauf, würden wir uns sehr über eine Bewerbung von dir freuen. Bitte sende uns einfach deine Bewerbung an bewerbung-at-zweirad-prummbaum. Die E-Mail-Adresse sollte auch gleich unten nochmal aufgezeigt werden. Wir würden uns sehr freuen und dich erwartet hier ein tolles Team, ein junges Team, engagiertes Team und freuen uns auf deine Bewerbung. Bis zum nächsten Mal.